Die Schnauze Sack, Harry, ein Sinn abwackeln! Hallo? Hallo? Wir suchen noch Bewerber für die Chemietrofe. Genau. Voraussetzung ist eine... Oder zwei. Ja, oder zwei promovierte Hochschulstudien an so einer geisteswissenschaftlichen Fakultät. Das wär cool. Hallo, ich bin der Gerd. Ja, ich bin arbeitslos. Und in meiner Freizeit mach ich Glasblasen. Am liebsten wär ans Psycholinguistik. Wär voll geil oder vergleichende Konsistenz-Szenologie. Kross. Yo, you funky motherfuckers out there. Who the fuck stole my motherfucking ghetto blaster? You motherfucking creeps out there. I need my goddamn big sound machine. I'm looking for the real creep moron. Who has my motherfucking goddamn sound blaster? You bring it better back, or I'm gonna kick your motherfucking ass out of the community. If you know what I'm saying, man. Word. Heute liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Hier ist so komisch, so müde. Ich ahne und vermute. Heute liegt was in der Luft. Ein ganz besonderer Produkt. Der liegt heute in der Luft. Ich konnte weinen und lachen und Leute ums machen. Heute liegt was in der Luft. Ein ganz besonderer Produkt. Der so verlockend blut. Das ist kein Alltag so trüb und grau. Das ist ein Tag, wie der Frühling so blau. Das ist ein Tag, wo ein jeder gleich spürt, dass noch was passiert. Mir ist so komisch, so müde. Ich ahne und vermute. Heute liegt was in der Luft. Ein Druck, der locken Blut. Der liegt heute in der Luft. Heute liegt was in der Luft. Heute liegt was in der Luft. Ich ahne und vermute.